Hallöchen, meine Bärchen und herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit The Walking Dead. So, wir waren hier und haben Glen gerettet, beziehungsweise gefunden. Und wir wollen da oben eine Frau retten, denke ich mal. Versuchen wir? Schauen wir mal. Ich versuche jetzt einfach nochmal alles durch, was wir... Oh, oh, warte mal. Da kommen wir gerade sowieso nicht weiter. Vielleicht können wir das ja mitnehmen. Ja, 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 ja. Aha. Kissen. Vielleicht können wir damit ja das Fenster leise kaputt schlagen. Oh ja, ja. Ja, 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 ja. Schade. Schade. Aber mit der Waffe ist sie doch zusammen mit dem Kissen. Okay. Gut, das war wohl leise genug. Gut, mal schauen, ob wir da drin irgendwas sehen. Freischalt. Okay. Was war das mal? Oh, was ist das? Eine Zündkerze? Okay. Gut. Äh, vielleicht kriegen wir den ja damit tot. Oder, äh, naja, tot sind sie ja alle schon, ne? Äh, an einem Platz fest. Ja, das passt eher. Oh je, das war laut. Das war irre laut. Ah! Okay. Ja, ich weiß. Warum? Oh, cool. Okay. Oh. Okay. Gut. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann... So, da kommen wir jetzt gerade nicht hin. Nein, nein, nein. Von wo erstechen wir sie denn am besten? Besser von hinten. Schwupp, schwupp, schwupp. Nicht? Oh, was? Warum pfeift der? Oh-ohh-ohh-ohh-ohh-ohh-ohh-ohh-ohh. Okay. Die nehmen wir jetzt am besten nicht, das krasste uns. Ah! Whoops! Eww! Mann, wo ging dein Weck? Das ist großartig. Holy shit! Das ist cool. Jetzt haben wir das. Sind Sie zwei da? Cool. Das sollte helfen. Das ist gut. Okay, jetzt geht's weg. Okay, wir stehen dort für dich. Okay, wir stehen dort behind. Okay, wir sind hier. Okay, jetzt geht's weg. Hallö! 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 Und... Nyam! Und... Uh! Nice! Können wir das kaputt machen? Oh, ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee wäre. Und... Abgeschlossen. Ich glaube, das hat einen Grund, warum sie drinnen bleiben will. Oh Gott. Ich... ich sagte, bleib weg. Wir müssen dir Hilfe bekommen. Es ist zu lang für das. Leute, sie hat gebeten. Was? Ich sagte dir, ich sagte, geh weg! Ich bin gebeten! Oh oh. Ja, so ziemlich. Glenn. Haha, Glenn. Oh, sie will keine töten. Komm mit uns. Und wir finden dir ein paar Hilfe. Oh. Du hast eine Schnau. So? Kann ich... Borrow es? Borrow. Gib es mir. Oh oh. Ich kann einfach... Du kennst das. Und dann... Dann gibt es kein Problem. Oh, oh, oh. Please! Ich will nicht sein von ihnen. Sie sind... Sie sind... Sie sind... Ich will nicht... Ich kann dir das selber so tiempo umzen. Nein. Dann mach es mir klar! Wir müssen gehen. Oh, hallo. Hallo? Spiel? Auch Nöööööö!... Sag mir bitte nicht, dass du dich schon wieder aufgehängt hast. Halloooööö... Es hat sich richtig aufgehängt. Aber was soll das? Ja. Mist. Schließen. Gut, wir machen eine kurze Pause. Ich hoffe, ich komme da gleich wieder sofort rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und Hallöchen zusammen. Hier schmeiße ich einmal kurz mein Gerede mit dazwischen. Beim Aufnehmen ist mir anscheinend irgendein Fehler passiert. Über OBS sah alles ganz gut aus, dass es weiterläuft. Aber anscheinend hat es nur einen schwarzen Bildschirm aufgenommen. Die Filmszenen zwischendurch werde ich nochmal aufnehmen, damit ihr da ein bisschen Hintergrundbilder mit dazu habt. Aber das reine Suchen werde ich mit einem schwarzen Hintergrund belassen. Es tut mir leid, dass ich das erst beim Schneiden mitbekommen habe. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem noch Spaß an der Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denne. So, da sind wir wieder. Und mal schauen, wo wir gleich sofort in das Spiel reinkommen. Ich hoffe, es ist noch nicht so weit. Ah, okay. Da kommen wir rein. Ich hoffe, es bricht nicht schon wieder ab. Ich habe gesagt, stehe weg. Wir müssen dir Hilfe geben. Es ist zu lange für sie. Leute, sie hat gebeten. Was? Ich habe gesagt, ich habe gesagt, geh weg. Ich bin gebeten. Aber du kannst nicht einfach weg. Let's calm down. Du kannst du gut sein. Ich werde nicht sein. Mein Freund war gebeten. Du bist so schwer, und du sterben, und du zurückkommst, und du sterben, und du sterben, und du kannst du alles, du kannst du finden. Du hast ein Freund? Mein Freund, Len. Ich will das nicht. Es ist nicht Christian. Bitte, einfach mich verlassen. Komm mit uns. Wir holen dir ein paar Hilfe. Du hast eine Schnauhe. So? Kann ich... ...borrow es? Was bedeutet, Borrow? Gib es mir. Ich kann einfach... ...ein das, und dann... ...und dann kein Problem. Bitte! Ich will nicht sein. Ich will nicht sein. Sie sind... Sie sind... ...satanisch. Wir können nicht das machen. Dann mach es für mich. Wir müssen gehen. Gib es mir. Bitte! Das ist verrückt. Bitte, zurück. Es ist nur zwei Sekunden, nur ein Bolland. Und ich kann mit meiner Familie sein. Und es wird mir helfen. Oh, die ganze Familie ist auch schon gut. Oh nein! 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 Das ist ein schöner Krach gewesen. Ne! Nein, ganz gut. Ähm, ja. Das würde ich wahrscheinlich auch machen. Aber schnell. Oh, das ist so schnell. Mal gucken, wo wir den Schlüssel finden. Oh, wir können aber auch. Wir haben einen Allzweckschlüssel. Bin ich jetzt echt falsch rumgelaufen? Oh, okay. You know. Why? Oh, you know I thought I'd go stretch my legs you're probably better off break Back to the motor how can it be that bad so fast you know when things are taken away People do crazy shit. I guess that's not me. I'm not giving up not for anything good Good I I guess you really wanted that done seems like why didn't you tell Carly to just give it to her? People can't be given up this will pass. I'm with you. I'm glad to hear it What's your next move? I don't know. I mean you guys seem okay. What about your family? Yeah, I I Forget it man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything I know the feeling man Try to get some rest Yeah, right Okay, okay Hi Clem wieder mit ja Wie kann's denn auch anders sein That's the door to the pharmacy we should be able to find tools for larry in there Oh, was war das denn bitte? Das ist ja jetzt doof. Das hatten wir das mal versucht, ne? Gut, dann können wir hier nix mehr machen. Und wir gehen wieder. Mit denen muss ich nicht unbedingt sprechen. So, wie geht's euch hier denn? Wir sind nicht in der Hände. Wir, Kat und ich, empfehlen Sie Ihre Unterstützung. Danke, Lee. Bitte schön. Wir sind gut. Wir sind gut, wenn wir. Wie geht's euch, Duck? Wir haben alle durch ein bisschen. Wie geht's Duck? Er ist okay. Es war nur ein Schock. Wir sind Glück, dass keiner auf der Weg in die Welt wurde. Keine Worte. Wie geht's sie? Sie ist gut, ich denke. Sie ist ein schwerer. Sie ist nur ein kleines Mädchen, Ken. Was hast du gesagt, Lee? Sie hat ein paar Tage überleben? Ja, das stimmt. Nicht nur ein kleines Mädchen kann das tun. Was ist die Chance? Ich denke, es ist ziemlich gefährlich. Wir sollten uns warten, um die Dinge zu entfernen. Du sagst, deine Familie ist von hier in Macon? Das stimmt. Wo sind sie? Können wir sie suchen? Sie sind weg. Oh mein Gott. Du denkst? Wie? Ich weiß nur, richtig? Kat, das ist nicht unser Geschäft. Lee, hast du einen Moment? Sure. Back auf Herschel's Farm. Ja. Oh-oh. Wir haben noch nicht versucht, ihn zu retten. Das Blut ist auf unsere Hand, du weißt? Es passiert ziemlich schnell. Ja. Aber ich kann ihn nicht stoppen sehen. Wir können uns nicht töten. Wir töten das Mädchen. Wir können ihn mit uns töten. Wir machen, was wir können. Wir sind schlecht. Wir haben keine Chance gemacht. 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 Ich denke. Denk ich mal. Denk ich mal. Schätze ich mal. Und hoffentlich wird das auch nicht mehr so traurig werden dann. Müssen wir das eigentlich alles jetzt durchsuchen, um diesen doofen Schlüssel zu finden? Ich glaube weniger Großkarten. Die Fotos hatten wir uns schon mal angeschaut. Ach ja, Batterien. Dankeschön, bitteschön. Dann... Wo hatten wir denn Batterien her? Ach, Carly. Zeitung. Was ist das Box? Stimmt. Ich will mal mit Clem reden. Geht's ihr denn? Everything okay? Mhm. Gut. Achso. Da können wir nicht weiter... Oh, Batterien! Sehr schön. Ich habe Batterien gefunden. Und... Batterien. Probieren wir's. Gut. Sind die Batterien drin? Ja. Sind die auch richtig rum drin? Ich denke mal. Das wird's aber auch schon richtig reingemacht haben. Generous. So. Drehen wir dann mal um. Und... Notstärke vielleicht ein bisschen höher. Und Power. Nichts. Okay. Sind die Batterien wirklich falsch rum drin? Das wär ja... Ah, diese sind nämlich falsch rum drin. Mensch, Mädel. Das war eigentlich so eine Zeichnung unten drauf. No. No. Oh. My producer's telling me we have to get off the air. Steve. Oops. Okay. Okay. Dann brechen wir das Ding nochmal auf. Gut. Willst du nachher schauen? Sehen wir mal. Okay. Wir sehen uns. Bis denne. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü